Es ist einfach so bescheuert! Es war einfach... ...richtig ins FACE! Oh Gott! Iiiiihihi! Was zur Hölle ist das für ein Game?! Klingt super das Game! Was muss ich denn jetzt hier machen? Gibt's hier ein Tutorial? To poo list? Creamy delight, poop in the soup, recycle your poop? Was? Baby and mommy combo? Recycle your poop klingt irgendwie besonders ökelhaft, sorry! Feed the baby? Ach, das bin ich! Ich versuche auf seine Eistüte zu kacken! EXPECT! UUuuu! Uuuuhuuu! Uuuuuhuuu! Iiiihihiihi! Ich kann auch hier reinkacken. Was ist das bitte? Ja, der findet es auf jeden Fall lecker da. Okay. Was ist das bitte? Also man muss hier immer so rumfahren und versuchen die ganzen Sachen zu treffen. Ach so, ich habe nur 10 Kackhaufen. Egalo, Alex, der wird halt richtig ekelhaft. Oh Gott, ich habe 15 Pups an, Leute. Jetzt kann ich 15 mal kacken. Geil. Boah, das ist so ekelhaft. Soll ich hier mal in den Mülleimer reinkacken? Ich bin gut im Kacken. What? Hölle. Ich habe versucht in den Babywagen zu kacken. Oh mein Gott. Auf wen kacken wir noch Leute? Auf wen kacken wir noch Leute? Ja. Okay, was haben wir noch nicht angekackt? Hier, die Frau mit dem Regenschirm. Es war halt so richtig ins Face. Ich versuche jetzt das Taxi zu treffen. Oh nein, unsere Kombo, Leute. Oh, es ist schnell. Wie soll man denn da ins Taxi treffen? Muss halt schon vorher kacken, bevor das Taxi kommt. Ey. Es war doch getroffen. Hm. I pooped at two people at the same time. Poggers. Okay, wir kacken ein paar mal in den Mülleimer, okay? We will poop into the trash bin a couple of times. Oh, I cannot even hit the trash bin. Use the bomb. I think the bomb is when you automatically hit several people at the same time. Bomb poo. What's the bomb poo? Can I poo harder? Or more? Let's try and poo. Can we make a bigger poo? And then press G. Oh, verkackt. F. Wow. What the hell is this for a game? Nochmal. 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 BAM. Oh shit. Das ist halt echt oh shit, ne? Ich mach einfach die ganze Zeit nur Bomben. Hey, Mann, was ist hier los? Ich mach keine riesen Bomben. Ich kann nicht so viele Bomben machen. Oh, ho, 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 ho. Habe ich gewusst, dass ich dir eine riesen Kackbombe gegeben hätte? Wir hätten sofort einen Highscore gehabt. Oh mein Gott. Power. Oh, wait. Wir können in eine neue Stadt. Okay. Müssen wir gucken, was die To-Poo-List sagt. Pum-Poo. Possess-Possessins-Greed. Also es ist halt schon irgendwie geil gemacht, muss man schon sagen. Ich mach mal hier auf den Wagen. Das ist, glaub ich, einfach. I'm talented. Oh nein. Oh, shit. Wir haben noch nichts in ihrer Suppe gehabt, oder? Ach so, das war's schon. Okay, also das können wir besser. Ups. Hab ich gezielt. Oh, der war mein. Also die Musik ist halt immer ganz witzig. Was ist mit dem los? Ach, ich kann ja noch, ich kann noch keine Bombe machen. Warum kann ich keine Bombe machen? Okay, jetzt gibt's wieder mehr Leute, die ich ankacken kann. Aber warum krieg ich keine Bombe? Ah, okay, jetzt ist es bei der nächsten und jetzt haben wir mehr Leute. Okay, und man trifft trotzdem nichts. Ich möchte gern die Kuhbombe freischalten. Was muss ich denn da hier noch machen? Ein Kuh in Baskit, wo ist ein Baskit? Flore ist Lava. Kuh in die Dock? Was? Was von oben geboostet. Firework. Jetzt kann ich hier Firework-Bombe machen. Oh Gott, ich muss jetzt mit Esel hauen. Das ist ein Kackfeuerwerk. Silvester 2020. Kombo mal 100. Ja, geh, geh, easy. Jetzt ging's da alle auf dem Boden rum. Oh mein Gott, was passiert in diesem Game hier? Was alles? Na, egal, jetzt reicht es. Ich geh jetzt mehr raus. Man muss echt aufpassen, was man sagt. Ich kann ja nicht sagen, man kann nicht genug vom Kackspiel bekommen. Ich kann nicht genug vom Kackspiel bekommen.